Mit deiner Unterstützung hast du für Spielen am Rand und damit für die schwule Fetisch-Community Großartiges geleistet. Dafür danken wir dir nochmals herzlich. Als Vorstände des MLC München freuen wir uns sehr, dass es mit deiner Unterstützung gelungen ist, dieses einmalige Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Spielen am Rand verleiht der schwulen Fetisch-Community Gesichter. Es zeigt die zahlreichen Facetten und Geschichten unserer Community. Gerade der Blick auf die zarten Anfänge, zu deren Zeit Homosexualität auch in Deutschland noch strafbar war. Die sich daraus entwickelnden Strukturen wie etwa Safe Spaces oder Verhaltensmuster erlauben unserer und nachfolgenden Generationen zu verstehen, worum wir dort stehen, wo wir sind. Umgekehrt helfen uns die tiefen, sehr persönlichen Einblicke, die Hintergründe neuer Fetischer abzuschätzen. Damit können wir erahnen, wo unsere gemeinsame Reise hingehen wird. Die Fetisch-Community und der MLC machen schon immer und werden auch künftig im Wandel bleiben. Gemeinsam werden wir diese Vielfalt leben und gestalten. Voraussichtlich ab Juni 2024 wird Spielen am Rand auch über den regulären Buchhandel verfügbar sein. Wenn du als Dankeschön das Buch ausgewählt hast, erhältst du es nach der Veröffentlichung per Post oder je nach weiteren gebuchten Dankeschöns von uns persönlich überreicht. Thomas und viele weitere MLC-Mitglieder haben tausende Stunden ehrenamtlich in dieses Herzensprojekt investiert, um Interviews zu führen, Bildstrecken zusammenzustellen, Texte zu schreiben und diese zur Perfektion zu bringen. Diesem Einsatz für unsere Community gebührt unser allergrößter Respekt und unser Dank. Wir sind überzeugt, dass du die Leidenschaft, das Talent und das Herzblut aller Beteiligten in Spielen am Rand spüren wirst. Wir wünschen dir und deinen Lieben ein gutes neues Jahr. Wir wünschen dir, dass du die Leidenschaft, 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 die Leid